So, an alle Spieler im Trend, let's play Breakforce, wieder mit Chilling, wieder mit der neuen Waffe, die man jetzt noch am Wochenende kaufen kann, obwohl wahrscheinlich dieses Video nicht mehr am Wochenende kommen wird, denn ich habe mir die nicht so lange gekauft, deshalb nehme ich jetzt gleich ein paar Folgen auf mit der und schau mal wie die so ist jetzt noch, die Cyrus 85, nachdem ich bei der letzten Folge so ausgetickt bin, weil ich meinen ersten Hacker getroffen habe, es war ohne Spaß, mein erster Hacker, den ich je gesehen habe, Ich hätte echt, ich meine, ich habe schon geglaubt, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell passieren wird, ich logge wirklich ein, deck mal am Wochenende, los, geschmeidige Runde, hier, Breakforce, auf einmal ein Hacker, der einem alles kaputt macht, jetzt spiele ich nochmal eine Random Runde, also ich habe zwar im Klaren gesagt, so, welcher Raum und so, aber, ja, eher Random, Leute, ich hoffe, dass da kein Hacker dabei ist, wenn es echt noch, oh, Granate, die Map ist übrigens Canyon V2, Die wurde, ah, auf der offiziellen Breakforce Seite vorgestellt und ich teste sie deshalb mal an, sollte es noch öfters vorkommen, dass ich oder hier irgendwer auf Hacker treffen wird, hier bei uns im Clan, dann werden wir es einfach so machen, wir werden immer nur passwortgeschützte Räume aufmachen Und die Leute aus dem Clan kennen dann nur das Passwort und sollte ich jemanden im Clan sehen, der hackt, da brauche ich nicht mal mit der Wimper zu zucken und schon ist er aus dem Clan draußen, denn, ja, meine Meinung über Hacker kennt ihr, man kann cheaten und tun, was man möchte in Offline Games, Aber in einem Online Game, wo es um Skill geht, um Skill, um Können, hier, wenn man da hackt, um sich Vorteile zu verschaffen, ich habe mir das Video nochmal angesehen, ganz detailliert, der hat alle mit einem Schuss weggerotzt, der Hacker, und ist herumgeflogen und konnte schießen im Leichenmodus, wie er schon tot war, ich habe einen Hacker öfter besiegt, als er mich, das muss man sich mal vorstellen, Au, hau, 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 nicht von hinten, nicht von hinten, nicht immer den Hintereingang nehmen, ihr seid ja da wirklich, ja, saubatzeln seid ihr da, ja, okay, also wie gesagt, nicht verzweifeln, muss jetzt nicht sagen, wenn da in einem Spiel Hacker vorkommen, ja, das Spiel ist scheiße, man spielt dann einfach mit seinen Homies, mit seinen Bros, mit seinen Homeboys und macht immer passwortgeschützte Räume auf, ist, dann, dann hat man wenigstens keine Noobs im Raum und weiß immer, mit wem man es zu tun hat, so werde ich das handhaben, sollten wir, Au, hau, 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 das ist der Sniper, Sniper, wie kommt man da auf die Brücke rauf, geile Map auf jeden Fall, also, wow, so weit fliegt die, krasser Tobak, Au, hau, 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 genau, soll es noch öfter vorkommen, werde ich das, wie gesagt, so machen, ist auch mein Tipp an euch, sucht doch einfach ein paar richtig coole und nette Leute, wir haben im Klaren Bricktrend einige davon, zumindest, oder anders gesagt, alle, alle im Bricktrend sind, wirklich cool, also, ich habe noch nichts erlebt, wo ich jetzt gesagt habe, oh mein Gott, wieso ist der bei uns im Clan, wirklich sehr chillig, also, wenn ihr, oh, lad doch schneller nach, Hilfe, 5 Leben, wohin, ich kann hier nicht in eine Ecke, ja, wenn man sowas vermeiden möchte, einfach einen coolen Clan suchen, coole Leute suchen, die alle auf die Freundesliste geben, und dann immer nur mit denen spielen, dann hat man auch nicht das Pech, dass man mit Hackern spielt, und wirklich, wer vielleicht zusätzlich selber Hacker ist, bitte hört auf damit, man verdirbt einfach nur den anderen den Spaß, ich will jetzt kein Moralprediger sein, oh, nicht cheaten, und das ist alles schlecht, und Hacks, und das, und Bugs, Bug-Using, und man muss, man muss ja hier Jesus Christus sein, während dem Spielen, aber, aber ja, solche Sachen, also, Hacken, sowas mit einem Schuss, alle hier niedermetzeln, das geht echt, das geht gar nicht bei mir, da ist man sowas von unten durch, dass man auf der anderen Seite schon wieder rauskommt bei mir, ja, aber ich will mich ja jetzt gar nicht über das Hacken an sich so aufregen, sondern noch ein bisschen Fun haben hier mit der Waffe, weil es ist all about the fun, F steht für Freunde, die was unternehmen, U steht für uns, dich und mich, 1 steht wendlich, haben wir mal Spaß, nanananana, yo, und so sieht's aus im Schneckenhaus, 5 of the Hacker, 5 of the Hater, wir haben unseren Spaß, und so geht's weiter, ha, 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 so, Canyon, krasse Map irgendwie, da, gehe ich irgendwo hin, und bin wieder irgendwo draußen, und dann gehe ich irgendwo weiter, und bin wieder irgendwo weiter, und wo gehe ich denn da gerade hin, jetzt bin ich irgendwie am Ende, ich, auch gleich am Ende mit meinen Nerven, ah, hier geht's noch weiter, oh, Jump'n'Run, das ist ja mal geil, Jump'n'Run-Einlage hier auf dieser Map, ich meine, das war jetzt keine allzu schwierige, wow, ich seh nur Leute von uns, Leute, unser Team rockt, aber wo sind die Gegner, oh, sind die, oh, die sind hinter mir, ich, ich bin so nah an ihnen dran, dass ich sie gar nicht seh, so, hier zwei Granaten, und meine Waffe braucht neues Futter, los, ich hab so viel Kanonenfutter hier, wo, wo, oh, ich wusste, der wird mir mal zum Verhängnis, dieser Typ da oben, um den kümmere ich mich jetzt gleich, um den kümmere ich mich jetzt gleich, hüpf nur herum, hüpf nur herum, los, hüpf, was geht ab, was hat der gerade für einen Tanz aufgeführt, wo ist er jetzt, wo ist er jetzt, ich schaue hier nur rauf, wenn jetzt von unten jemand kommt, dann bin ich gefundenes Fressen, wo ist der jetzt, der ist echt, der kann, der hat hier die beste Aussicht, los, zeigt dein Kopf her, Manometer, hier oben, hier oben, ah, das ist ein anderer, aber egal, den legen wir auch nochmal, Brick K.O. aus der Distanz, also präzise ist die Waffe schon, sie hat zwar einen fetten Rückstoß, aber wenn man immer nur einmal schießt, so tickweise, bam, 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 dann rockt man hier schon ordentlich weg, so, was ist jetzt mit dem Kollegen da oben, wo bist du, wo, wie kommen die da rauf, oh, ha ja, oh, 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 ah, hier ist ein kleiner Fluss, da mündet also der Grand Canyon, ich liebe Maps, die so viele Geheimnisse bereithalten, weil vor allem wenn man die dann kennt, ist man der King in der Map und kann diese ganzen Geheimnisse dann auch anwenden, oh, echt geil, also Hut ab, saubere, Wo bin ich? Was? Saubere Arbeit. Wo bin ich da jetzt hin? Zeig mir den Weg. Los, Commander. Gehen Sie vor. Was? Ich glaube, da ist eine Sackgasse. Aha, hier fängt also der Fluss an. Naja, klar. Man kann ja nicht ewig irgendwie hier hochhüpfen. Naja, dann gehen wir wieder raus. Ah, was kann man hier noch? Zerschießen? Rainbow, ich gehe dir nach. Du bist jetzt mein Oberbefehlshabender Guide. Oh, so viele Leute. Das tat weh. Ich weiß nicht, ich kenne mich überhaupt nicht aus auf der Map. Wo war ich da jetzt gerade? Das war genau der feindliche Spawn, glaube ich. Was ist da los? Gehen wir mal auf der anderen Seite jetzt hier. Hier kann man sich auch... Oh, jetzt dachte ich schon wieder so eine Untergrundhöhle. Das hätte mich jetzt aber schon verwirrt. Hier, hier, hier haben wir wen. Hier, komm, 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 komm. Ah, nein. So, aber irgendwie mir gefällt die Waffe echt. Also schade, dass das nur so eine Special Waffe ist. Naja gut, sonst würde auch jeder dann damit herumrennen. Aber die kann man leider nicht permanent kaufen. Ich hätte die zu gerne permanent. Wirklich gerne permanent. Jo, ich sehe sie irgendwo. Boah, das ist echt eine gefährliche Stelle hier. So, hier jetzt. Verstecke ich mich da mal. Da kann man sich... Die Map ist so heftig. Da hat man rund um die Uhr Action. Da kann man nicht mal kurz verschnaufen. Boah. Aber mir gefallen die Bricks, die Farben. Das passt echt. Das erinnert mich total an irgendeinen Canyon. Ich warte zwar noch nie auf einem. Aber falls ich mal auf einem bin, dann weiß ich, genau so wird es hier aussehen. Los, Respawn-Schutz, geh weg. Du warst, glaube ich, der Sniper von vorhin. Mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Nein, das war er nicht. Aber der hat ja auch irgendeinen Namen mit A. Ah, Avaran. Avaran, wo bist du? Wahrscheinlich wieder auf der Brücke. Nein, hier ist jemand. No-John, der hat auch einen Sniper. Uah, ja, uah, von hinten. Hm. Hm, 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 hm. Hm, ha, 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 ha. Aber die Map ist echt cool, wenn man sich da mal auskennt. Und vor allem dann, vielleicht fängt man dann auf der anderen Seite an. Wah! Was ist hier? Was ist da los? Vielleicht fängt man an bei den... Ich bin jetzt hier bei den Roten. Bei den Blauen sieht es dann vielleicht anders aus. Muss ja nicht direkt symmetrisch sein. Wow, wieso sind die hier direkt bei uns? Wer hat denn die hier reingelassen? Da oben, da oben. Vergiss es jetzt. Und... Und schon versteckt es ein Gesicht. Was ist das jetzt? Wie heißt dieses Spiel, wo immer diese Figuren rauskommen und dann wieder verschwinden und man muss draufhauen? Das ist nicht Haudien, Lukas. Das ist irgend so was anderes. Niemand. Nein, wieso müsst ihr von allen Seiten kommen? Mein Gott, das ist der Wahnsinn, schreibt der Sniper jetzt. Was ist denn der Wahnsinn? Was ist so... Was braust dich so auf? Ja, und ich fand das ja dann noch so lustig. Ich habe mit dem Hacker geschrieben. Ich habe den einfach angeschrieben, weil er mich auch angeschrieben hat und mich anscheinend kennt, dass ich das eben nicht in Ordnung finde. Und er hat geschrieben, Ich mache das ja nur manchmal. Ich schiebe meine... Ich sammle nur Geld und schicke dann die Items auf meinen Hauptaccount. Mit dem hacke ich ja nicht. So auf die Art, als ob ich ihm jetzt dafür gratulieren müsste oder so. Ah, das war echt... Es war amüsant, aber auch irgendwie Enrage-mäßig zugleich. Also da... Ist mir schon fast der Kragen gepflanzt. Aber egal. Aber egal. Schwamm drüber, wie Spongebob sagen würde. Naja, wahrscheinlich würde er das nicht sagen. Denn Spongebob raided. Nicht so komisch! Oh, wir führen. Aber es ist noch nichts entschieden. Das ist noch eine knallharte Partie. Wo ist Avaran? Avaran, Rambazamba! Du musst... das Zeitliche segnen, was so viel heißt wie sterben. Naja, nur bis zum nächsten Respawn. Wo geht da jetzt was? Gleich kommt wieder von hinten jemand. Ich hasse es von hinten. In Brick Force. Oh, noch ein Geheimgang entdeckt. Das ist jetzt in etwa der 20. Geheimgang. War der Kartenbauer Architekt? Also so im echten Leben hat der Architektur studiert. Das kann ja wohl nicht sein. Sowas kann man doch nicht einfach so aus dem Stehgreif da herausbauen. Was geht da ab? Ich habe gerade jemanden Roten gesehen. Rot, Rot, Rot. Rosen sind rot, Pfeilchen sind blau. Du bist gleich tot. Das weiß ich genau. Schilling was hier. Ich hätte wohl nicht gedacht, dass ich mich hier verstecken kann. Ich werde die Welterschaft an mich reißen. Und mit Bricktrend hier Brick Force erobern. So, schnell wieder rein. Lass mich in meinen Gang. Lass mich in meinen Gang. Bitte lass mich rein. Ah, Hilfe. Das ist meine letzte Zuflucht. So, jetzt wieder kurz warten. Habe ich noch eine Granate? Dann kommt die nochmal kurz hier rüber und wieder zurück. Und wieder. Ja, ich habe jemanden gekillt. Das hätte ich ja nie geglaubt. Das war einfach nur so ein blinder Wurf irgendwo hin. Ohne zu schauen, wohin. Ah, jetzt ist er schon tot. Jetzt war ich zu spät. Schon wieder von oben. Der versteckt sich immer so lange und dann im richtigen Moment, das macht er aber wirklich gut, kommt er mit seiner kleinen Birne raus und verpasst uns den tödlichen Schuss. Wo geht es da hin? Hilfe, Verwirrung. Ha! Aha, okay, hier. Wow, 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 wow. Okay, wieder die Brücke im Auge behalten oder vielleicht auch nicht nur die Brücke. Ja, geh in Deckung, Junge. Denn jetzt frischst du zwei Granaten, aber ordentlich hast du die gefressen. Da oben, schon wieder. Er hätte es fast wieder geschafft. Er hätte es doch tatsächlich fast wieder geschafft. Und irgendwann springt er dann immer runter. Wenn ich ihn knapp habe, springt er dann runter. Ich weiß nicht, wieso er das macht. Why are you doing this, bro? Jetzt kommt er nicht mehr. Hm, hm. Aha, okay, mir schreibt gerade jemand, die Fünf-Sterne-Waffen bleiben für immer im Shop. Aber das halte ich für ein Gerücht. Ich glaube solche Sachen erst, sobald ich sie im offiziellen Forum oder so lese. Denn so Gerüchten, naja, da sind schon einige Gerüchte in die Welt gesetzt worden. Wo dann alle Leute irgendwas geglaubt haben, was dann aber nicht gestimmt hat. Also Leute, glaubt nicht immer alles, was im Internet steht oder irgendjemand sagt. Gleich aufs Wort. Weil wenn ich das jetzt sage, oh, die Fünf-Sterne-Waffen bleiben für immer im Shop. Dann heißt es, oh, der Schilling hat das gesagt. Und das stimmt ja gar nicht. Und der Schilling ist ja total blöd. Und der setzt Gerüchte in die Welt. Aber so entsteht sowas nun mal. Wo ist jetzt dieser eine Sniper? Das kann es ja wohl nicht sein. Wo ist der? Der hat mich vorher wieder gerade erwischt. Na, 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 na. Ich will den noch einmal jagen, bevor die Runde zu Ende ist. Aber nur noch zwei Minuten. Wird sich das ausgehen in zwei Minuten? Wo bist du? Wo bist du? Wo ist der denn? Das kann ja wohl nicht sein. Wieso, wieso überlebt der hier? Macht doch was, Leute. Wieso kann der hier einfach so überleben? Wieso steht da drin jemand? Das kann ja wohl auch nicht sein. So. Wo ist der Sniper jetzt? Sniper, wirklich. Wenn ich dich sehe. Hier, hier ist jemand. Aber das ist nicht der Sniper. Komm, bis hier rüber noch mit deinem Kopf. Oh, ei, 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 ei. Nein, nein. Das wird wohl nix mehr, dass ich den Sniper erwische. Boah, im Chat geht es heftig ab. Ich kann eigentlich kaum mehr chatten. Das ist so heftig. Vor allem beim Spielen kann ich ja sowieso chatten. Und da, der hat es extrem eilig. Der schreibt mir gleich 35 Mal, weil ich sie ja bei einem Mal noch nicht lese. Da hinten oben. Oh, die Map ist heftig. Jetzt so gegen Ende hat anscheinend jeder diese Geheimgänge gefunden. Und so. Die dominieren hier gerade. Naja, sie dominieren nicht. Wir dominieren. Aber trotzdem. Was? Wo ist der? Ich sehe da jetzt gar nichts. Das ist ja mal so eine heftigst geile Map. Also die gebaut zu haben, nicht schlecht. Nice one, könnte man sagen. Schon wieder trifft mich hier irgendjemand. Ah, hier oben bist du jetzt. Ah, von unten auch. Oh, so. Nein, das macht mein Kreislauf nicht mehr mit. Das packe ich nicht mehr, diese Map. Boah. Das ist ja viel zu heftig. Jetzt bleibe ich hier mal ein bisschen so verdeckt. Oh, ja, ja. Und schon wieder. Was geht denn? Lasst mich in Ruhe hier oben. Das gibt's ja wohl echt nicht. Das gibt's ja wohl echt nicht. Wie kommt der da rauf? Heftigst. Nicht schlecht. Zehn Tode. Das war echt eine Meisterleistung von mir. Sowas habe ich auch schon lange nicht mehr zusammengebracht. Naja, auf jeden Fall. Mein Fazit zur Waffe. Nicht schlecht. Mein Fazit zur Map. Extremst geil. Riesig. Muss man mal kennen. Die muss man echt studieren, diese Map, glaube ich. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht wieder. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch irgendeine Waffe antesten und dann mal diesem Gerücht auf die Spur gehen, ob die Waffen für immer im Shop bleiben. Ich kann das nicht so ganz glauben, weil vor allem hier steht ja auch, auch nicht Inventar, sondern Shop. Heiße Ware. Das ist ganz heiß. Die ist so heiß, diese Ware. Heißer geht's gar nicht mehr. Himmesty illness. Mögin schäu 58. Ja, das ist gut. Chris hihi aus откommst. 김IE these của lem dit, guten Tag, was auch quieres jetzt hier. Tsai φam ... Ich hoffe es ihnen besit decoration. Ja, dann gehtoleinschaft για die contrefache,